Hier drängelt sich einfach jemand vor. Ey, lass doch mal auf mich zu filmen, ich glaube es hat bei dir. Leute, wir sind heute beim MCC Schenkenhorst. Ja, was geht ab? Wir sind heute hier beim MCC Schenkenhorst. Ja, wir heute sind wir beim Schenkenhorst. Was ist überhaupt? Achtung, ja. Ich bin ganz schön kaputt, ey. Ja? Wie soll ich das, kann man sagen? Wahre Worte. Wahre Worte. Und das macht, was ein Mann sagt, weil wir haben den Plan, die haben keinen Plan. Meins sind natürlich nicht böse. Das Labern ist einfach nicht mein Ding, ne? Ich kann nur crossen. Ich bräuchte ihn an dein Labern. Ja, wir heute sind wir im MCC Schenkenhorst. Ein bisschen Training fahren mit JPG und so. Elbekspatter sind natürlich oft da. Ich mache natürlich Eigenwerbung. Ja, naja. Jetzt geht's. Ab. So läuft das, ne? Hat man seine eigenen Leute, die jetzt jetzt kennen. Ja, naja. Ja, naja. No, wait a minute, let me tell you something. No, wait a minute, let me tell you something. No, wait a minute, let me tell you something. No, wait a minute, let me tell you something. My homies, we look. Eh. Everybody wanna go different ways. Everybody wanna have different tastes. But we always throw our food in the waist. Same style, but they looking the same. Right click, boy, and copy and paste. Same person, but two different faces. No, wait a minute, let me tell you something fake. Why they showing me love, why they saying I'm great. Why they secretly hoping for me to crash and break it. Waitin' for me to crumble. I'm making sure the moves. I'm making some mistakes. Well, I don't stop for nobody. I don't feel like this. 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 Wie soll ich mich auf der Strecke erklären? Ich bin da sechs, sieben Runden gefahren. Dann bin ich sieben Runden weggeflogen. Dann hab ich sieben, acht Runden gelegt. Tolle Waldstraße da, ewig lang nicht hinzufahren. Jetzt fahr ich mal auf dem Brandschutzstreifen. Da bringst du den Enduro hin. Ehh, jetzt fährst du vier, äh fünf. Ja, und nein! Boah, hey, ey. Ich wollte mir jetzt dann schönen Burger machen. Ich war ja ein paulest Stück Scheiße und hab mir hochgebeißen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Weitlo Fünf, Kraschen, Fünf Weitlo 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 Oh, 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 oh. ARD Text im Auftrag von Funk